Heute im Gitarra-Podcast der gute Nico und der Sebi von der Band Massendefekt. Jungs, vielen Dank, dass ihr die Zeit am Start habt, dass ihr Bock habt, dass ihr mit mir über Gitarrennerden wollt und Gitarrensounds. Das Wichtigste ist natürlich, die Gitarrensounds, die Jungs haben ein neues Album raus, beziehungsweise zum Zeitpunkt, wo dieser Podcast veröffentlicht wird, ist das Album auch raus. Es heißt Zurück ins Licht und korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, es ist euer 8. Album, richtig? Richtig, genau, das ist alles so weit richtig. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, genau, danke für die Einladung. Ja, danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. 8. Studio-Album. Ich habe mir das heute ein paar Mal auch auf der Arbeit reinziehen können. Als Redakteur kann man hin und wieder auch bei Kopfhörer Musik hören. Und was mir sofort aufgefallen ist, das ist sehr riffig, das ist sehr beschwingt auch von der Mucke her, im Sinne von, im ganz positiven Sinne. Es ist ein sehr positives Album, so wie ich das jetzt verstanden habe. Kann es daran liegen, ich habe heute mal so ein bisschen in eure Info reingelesen, die Leute, die das hören, haben diese Info nicht. Ihr habt dieses Album unter anderen Umständen als alle anderen Alben zuvor aufgenommen. Ihr seid nämlich raus aus der Butze, raus aus der Stadt, ganz woanders hin. Erzählt doch mal. Ja, wir haben es nicht komplett woanders aufgenommen. Wir hatten einfach nur den Plan, den wir irgendwie schon seit 20 Jahren haben, dass wir mal raus müssen und einfach mal irgendwie frische Luft schnappen und mal ein bisschen freier an die Sachen rangehen. Jetzt nicht wie sonst immer, irgendwie nach dem normalen Job nochmal für zwei, drei Stündchen treffen und mal da wieder was aufnehmen, da mal ein bisschen texten, da was machen. Sondern wir haben uns mal eine Woche in Holland gegönnt. Wir haben uns ein Ferienhaus gemietet und haben da ganz frei mal eine Woche lang aufgenommen und mal gucken, um einfach zu schauen, was passiert. Was geht so alles? Wie können wir es machen? Ja, das haben wir halt mal gemacht. Okay, wie habt ihr euch denn darauf vorbereitet? Also seid ihr schon mit komplett fertigem Material hin, also Songs und habt dann den Feinschliff gemacht oder habt ihr auch Sachen da entstehen lassen? Sowohl als auch. Also fertige Songs hatten wir ja nicht, oder? Nee, wir hatten immer nur, Nico hat ganz viel im Vorfeld gemacht, ganz viel gestückelt und wir sind halt mit diesen Demostückeleien sind wir halt darunter und haben geguckt, wie kann man es ausarbeiten, was kann man geiler machen, und was kann man daraus basteln, was kann man daraus machen. Gibt es schöne Textideen, die wir schreiben können. Und so haben wir Grüppchenbildungen gemacht und haben einfach mal alles... Ja, Grüppchenbildungen in dem Sinne hier, ein paar haben ein bisschen am Text gearbeitet. Ja, natürlich, alles positive Gruppchen. Alles positiv. Nee, wir haben letztes Jahr halt im Sommer angefangen und sind dann mit 15 Ideen oder so 15 Song-Layouts halt nach Holland gefahren und sagen wir mal so, also ein paar haben wir da an der Stelle, also in Holland auch totgeschrieben, die haben es dann auch gar nicht mehr bis nach Düsseldorf zurückgeschafft. Dafür sind aber auch in Holland tatsächlich zum Beispiel hier Letzte Worte, das wird die dritte Single sein und wenn der Podcast dann rauskommt, wird sie auch draußen sein, deswegen darf ich das sagen, ist halt komplett in Holland entstanden. Das war so der letzte Tag, man muss sich das vorstellen, das war halt ungefähr vor einem Jahr ziemlich genau und es war halt einfach ein holländischer Oktober, so ja und es hat halt geregnet und war irgendwie sehr verhangen und in diesem Kontext ist halt Letzte Worte entstanden. So und wenn man den Song so sich mal anhört, finde ich, hört man das auch so ein bisschen dadurch. Ein bisschen sinnierender der Song oder wie meinst du es? Melancholie. Melancholie, okay. Er hat eine gewisse Schwere, die ihm aber sehr gut tut, finde ich. Also rein thematisch und rein musikalisch wirkt es sehr komplett, sagen wir mal so. Ich finde sowieso eure Songs, wenn ich das so sagen darf, ich bin da relativ unvoreingenommen an die Platte drangegangen, weil ich in der Tat glaube ich nur, wenn überhaupt das Vorgänger ein bisschen noch kannte und ich finde, ihr schafft die Balance zwischen Melancholie oder zwischen nachdenklichen Texten und eben halt auch ein bisschen einfach so Party auf die Fresse, sehr, sehr geil. Cool, danke. Lass mal, wie heißt der Song, Lass mal? Ne, Lass mal. Ne, Lass mal. Der ist so ein Beispiel für, dass er einen Ansatz irgendwie ernst ist, einen Ansatz wiederum irgendwie sehr, sehr, sehr augenzwinkert ist. Das gefällt mir sehr gut. Also ich finde geil, wenn man halt nicht nur komplett so die super düstere Schwere halt, gerade wenn man die deutsche Sprache in der Musik hat, transportiert irgendwie. Ja. Wenn man so ein bisschen augenzwinkert machen kann. Ja, interessant, in Holland aufgenommen, am letzten Regentag nochmal eben einen Song eingedengelt. Meist sind das ja dann so echt nur so coole Situationen, die man mitnehmen. Wenn du sagst, andere Songs hattet ihr schon im Petto und die habt ihr dann tot produziert. Das ist ja dann auch so eine Sache. Manchmal kann man sie aber einfach komplett überfrachten, die Songs. Und dann ist dann trotzdem halt der Letzte, den man halt im Vorbeigehen noch hat. Kann ja sehr geil sein. Cool. Ja, wie habt ihr euch im Studio aufgestellt, aufnahmetechnisch? Das ist immer interessant. Seid ihr eine Band, die live aufnimmt im Studio? Oder macht ihr so erst Drums, dann Bass, dann Gitarre 1, Gitarre 2, dann Gesang? Live sind wir viel zu schlecht. Live einspielen. Wir sind viel zu schlecht. Alles schön der Reihe nach. Da brauchen wir schon Ordnung für. Ja, wirklich. Schlagzeug, Bass, Gitarren, Gesänge. Das ist das klassische Ding. Weil ich finde gerade, die Gitarren sind so auf den Punkt gezockt. Also das ist ja beängstigend genau. Ja, die waren natürlich auch live. Ja. Nur live. Nur die Gitarren. Nico, ich habe mir nicht. Und ich uns mal kurz hingestellt. Genau. Nur live und alles first take. Am Nachmittag waren die Dinger drin, genau. Also ja, das klingt auch so. Ich habe auch nichts anderes gedacht. Ja. Ja, gesagt ich mir auch. Ja. Ne, die ganz klassische Schiene. Alles wirklich der Reihe nach und wirklich so, versucht so sauber wie möglich alles Song für Song fertig zu bekommen. Wenn ihr sagt, das war eine relativ relaxte Atmosphäre. Zumindest ist das, was das EPK das auch hergibt. Also die Jungs haben so einen kleinen Film gemacht, den, wie gesagt, jetzt vielleicht ich jetzt irgendwie als Pressevertreter habe, schon sehen können. Wahrscheinlich werdet ihr den auch nochmal irgendwann herausbringen, damit eure Fans sich mal anschauen können. Ne, die Doku ist draußen. Die gibt es auf YouTube. Die gibt es schon, okay. Alles klar. Also die Outdoor-Session heißt es. Outdoor-Session, genau. Richtig. Trotzdem, die Stimmung relaxt gewesen ist. Gab es denn Songs, die ihr unbedingt fertig machen wolltet, die aber dann eher so ein bisschen tricky waren? Vom Einspielen her? Ja, sperrig, schwieriger als gedacht? Ja, also so würde ich es jetzt nicht sagen. Wir haben halt, in Holland hatten wir, ich glaube, es haben drei Songs, die wir dann irgendwie letztendlich verworfen haben. Drei oder vier Songs. Davon war eine. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr schade. Die war halt so ein bisschen, nicht Reggae-mäßig, aber halt irgendwie so ein bisschen so Summer, Sunshine-mäßig. Und da haben wir uns dann tatsächlich irgendwie verhaspelt. Und haben sie dann leider irgendwie nicht weiter daran arbeiten können. Aber textlich verhaspelt, nicht musikalisch. Ja, genau. Textlich-musikalisches, tipptopp. Finde ich auch. Ja, finde ich auch. Aber genau. Und weil das halt auch ein Song ist, der sollte halt auch mit so einem Augenzwinkern irgendwie daherkommen und so ein bisschen was Frisches bringen. Und da mussten wir dann tatsächlich irgendwann uns eingestehen, das schaffen wir nicht. In dem Kontext. Aber du könntest ihn ja mal nochmal liegen lassen. Vielleicht zieht ihr den irgendwie, keine Ahnung, im Jahr nochmal aus dem Hut und dann geht dir da einfach... Ja, ist doch der Plan. Ist doch der Plan, nochmal ranzugehen. Allein die Tatsache, dass das irgendwie noch so mitschwingt, zeigt ja, dass da irgendwie was gewesen ist, was vielleicht an anderer Stelle besser klappen kann. Ja, genau. Das ist auch der Plan. Und für das nächste Album machen wir einfach nur die Schublade auf und haben die Songs dann da. Jetzt war das letztes Jahr natürlich auch alles ein bisschen unbeschwerter. 2019 hatte man so diese Corona-Suppe halt noch nicht. Und das hat es natürlich für uns alle natürlich wirklich ausgebremst. Ich finde es unter den gegebenen Umständen immer so ein bisschen, wenn ich mit Leuten wie Musiker interviewe und dann das Thema kommt irgendwann natürlich zwangsläubig halt auf den Schreibtisch und man redet drüber. Wie seht ihr das als Musiker, die jetzt ein Album rausbringen? Ich persönlich kann nur zum Beispiel beteuern als Musikfan, als Rockfan, wie auch immer, ich kaufe gerade Musik wie ein Wahnsinniger. Für mich ist das wichtig, dass man Musik kauft. Und an dieser Stelle, liebe Gitar-Podcast-Hörer und Leser, wie auch immer, kauft die neue Platte vom Masseneffekt, es lohnt sich. Kurzer Werbeblock, die Platte ist geil. Wie seht ihr das? Ich spreche mit Künstlern meistens über Release und Tour gibt es gerade nicht. Man kann nur Stream-Konzerte spielen. Da können wir an anderer Stelle nochmal genauer drüber sprechen. Ich kaufe T-Shirts, ich kaufe Merch. Das ist schon wichtig geworden, oder? Also, dass man Leute darauf aufmerksam macht, dass die vielleicht auch mal eine Cappy kaufen und ein Aufnäher und ein T-Shirt. Gerade jetzt in der Zeit, wo man nicht gegen kann, wo man nicht tourt. Ich finde auch, ich finde auch, also Platten kaufe ich auch für Bekloppt momentan. Das ist, Vinyl muss angeholen. Da decke ich mich gerade auch wieder ein. Zum Thema Release, wir haben auch verschoben. Das sollte ja eigentlich schon längst draußen sein. Aber man spielt ja wirklich mit dem Gedanken, bringen wir es jetzt raus, bringen wir es nicht raus. Aber das Ding ist ja auch fertig. Man will es ja auch präsentieren. Man hat was Schönes, unserer Meinung nach was Schönes fabriziert. Total. Und möchte es auch gerne rausbringen. Warum warten, wenn es denn da ist? Und ja, ich denke auch, dass die Leute werden auch weiter die Platten kaufen. Und das wird auch alles noch weiter funktionieren. Das große Problem ist halt wirklich hier das Live-Thema. Das ist das Einzige, was irgendwie gerade ein bisschen sehr stockt. Ich habe neulich mit den Kollegen von Dritte Wahl, mit dem Gunnar Schröder, auch im Rahmen eines Podcasts gequatscht. Und ich weiß gar nicht, die wollten, glaube ich, nicht verschieben. Haben es aber auch überlegt. Und haben dann auch gesagt, ach, Arschlecken machen wir. Genau. Und haben das Ding auch durchgezogen. Und ich finde es auch ein fantastisches Album geworden. Und bieten da aber auch an. Also du hast eine Vinyl-Version, du hast eine Limited-Edition-Version und hast nicht gesehen. Ich glaube, dass das immer wichtiger wird, dass die Leute, also dass man, glaube ich, einerseits, dass Künstler akzeptieren muss, dass man Streaming-Dienste bedient, dass die Leute halt also über Streaming-Dienste hören. Und dass man aber gleichzeitig, glaube ich, jetzt gerade in der jetzigen Corona-Zeit die Leute sensibilisieren muss auf, kauft das Produkt einfach so, also in dem Format, CD, Vinyl, egal, wie euch das passt, weil das den Künstler wirklich erreicht. Also das, also diese Wertschätzung ist wichtig. Gesundheit. Bin ich völlig bei dir. Ja, ich finde es persönlich halt, also ich finde die Kombination aus, sagen wir mal, ja, Streaming-Diensten wie Spotify oder irgendwas in der Richtung für den Alltagsgebrauch und halt einfach Vinyl fürs Haptische oder fürs Künstlerische finde ich halt auch für mich persönlich sehr schön. So, und was du halt schon sagst, also natürlich, klar, also unterstützt man am ehesten die Künstler damit, indem man natürlich halt die Musik kauft oder das Merchandising, weil viel mehr ist aktuell leider auch nicht drin, ne? Ich glaube, dass das noch mehr werden wird und dass es wichtiger wird, dass die Leute wieder dafür sensibilisiert werden, auch ein Shirt zu kaufen, dass der Künstler sich dann auch abfinden muss, dass vielleicht die Musik nicht gekauft wird, aber das Shirt und die Käppi, dass das auch passieren kann, weil die Leute streamen es sonst. Ja. Gehen wir mal so ein bisschen weg vom Marketing-Part, wieder zurück zum Album. Soundtechnisch, das hier ist das Gitar-Magazin, das ist der Gitar-Podcaster, jetzt geht es natürlich um die Seiten. Jetzt wollen wir hier an dieser Stelle erfahren, was haben Sebi und Nico denn im Studio so verwendet und was verwenden sie denn live? Fangen wir mit dem Studio an. Was ist im Studio zu Einsatz gekommen an Gitarren? Ähm, darf man das sagen? Ja, darf man wahrscheinlich. Das ist komplett raus. Eine Epiphone-Less Paul hatten wir zum Großteil verwendet, also wir haben das Album halt beim Tim Schulter aufgenommen, so wie halt auch die letzten Sebi, keine Ahnung, fünf Alben, vier Alben, sechs Alben, irgendwie sowas. Also Tim ist treuer Wegbegleiter, der Band schreibt sehr, sehr viel mit, produziert die Sachen, ist Live-Mischer und ja, eigentlich immer mit dabei in irgendeiner Art und Weise und der hatte halt eine sehr schöne Less Paul von Epiphone da stehen, was auch immer es jetzt war, wahrscheinlich ein Standard mit so und so Pickups, ist keine Ahnung, aber die war sehr schön, hat irgendwie einen ordentlich fetten Sound gemacht und dann haben wir für die etwas offeneren Gitarrenteile haben wir eine Starfire 5 von Guild genommen. Das ist so eine semi-akustische, ne? Genau, es ist eine Halbakustik, genau. Und die ist dann so für die Oasis-Gitarren auf der Platte verantwortlich. Was genau verstehst du unter Oasis-Gitarren? Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber erzähl dir noch mal dazu, wenn du das nicht wirst. Offene Akkorde, die halt das ganze Soundbild halt ein bisschen breiter machen. Was halt dann irgendwie so, bei ganz vielen Parts hast du halt einfach die, ja, die in die Fresse Less Paul mit Power Chords und dann, wenn es halt ein bisschen in die Breite geht, halt einfach, weiß ich nicht, offene Akkorde noch drunter gemischt, damit das Ganze halt einfach ein bisschen Volumen bekommt. Ja, ja. Okay, wenn du sagst, die Less Paul, in die Fresse Less Paul, über was für einen Amp hast du die gefahren? Was für Effekte oder Pedale, Kampfwunschung möglich ist im Einsatz? Wir haben die eigentlich straight in den Rechner gespielt. Also wir hatten halt ein Interface. Ja, leider. Aber effektiv. Wir haben am Interface, fragt mich bitte nicht, was es war, und dann halt mit Plugins gearbeitet. Und genau, das Einzige, was wir halt noch gemacht haben, ist, um halt so die organischen Sounds hinzubekommen, ist halt ein Marshall JSM 2000, meine ich, mit einer Mesa Boogie Box und dann halt auf 11 raufgerissen und mit Gitarre davor gestellt. Ui, ein 100 Watt oder was war es im Top da? 50 Watt, 100 Watt? 100 Watt, ja. Nee, 100. Okay, 100 Watt, ja. Krass, ihr habt das voll aufgerissen. Okay, wart aber nicht im Raum hoffentlich, ne? Habt ihr dann vom Board aus gespielt? Was hast du gesagt? Ja, genau. Und so haben wir dann halt die Gitarren eingeprügelt und dann haben wir halt bei vielen Songs noch ein bisschen Western-Gitarre drin. Also halt einfach so ein bisschen Silber, wie wir es genannt haben, halt einfach, um es so ein bisschen aufzulocken. Okay, welche Gitarre ist das gewesen? Das war eine alte Framus aus den 70ern. Oh, okay. Ich glaube, die Tele ist auch mal für ein, zwei Sachen kurz zum Einsatz gekommen. Ja, richtig. Eine rosane Tele mit Blümchenschlagbrett, glaube ich. Ja, das muss ja nicht verkehrt sein. Nee, nee. Ich kann ja auch mal ein bisschen einfach... Aber klingt nicht nach Blümchen. Das ist die Hauptsache. Klingt nach Blume. Ja, genau. Dunkler Blume. Wie teilt ihr euch die Gitarren-Parts auf? Wer spielt Rhythm, wer spielt die Riffs und Begleitdinger und wer spielt diese coolen Melodien, wenn die Parts in den Songs? Die coolen Melodien kann ich nicht, ich spiele nur Power-Akkorde, das reicht doch. Ja, das machst du ja auch gut. Wir machen ja Punkrock. Seht ihr euch als reine Punkrock, weil ich finde, ihr müsst eigentlich auch sehr viel Metal gehört haben. Ja, wir nennen es ja Punk'n'Roll, was wir machen. Punk'n'Roll, okay. Ja, so nennen wir es, ja. Und ja gut, wir sind ja auch alles irgendwie ein bisschen Kinder der 90er, also in den 90ern groß geworden. Da ist ja schon diese ganze Crossover-Metal-Geschichte. Das fließt dann schon ab und an ein bisschen mit rein. Ja, ich wollte gerade sagen, das hört man auch raus. Finde ich aber ganz cool. Findest du bei Dritte Wahl auch? Ja, Dritte Wahl klingt ja richtig nach Metal. Ja, also Gitarren-Sound-mäßig Dritte Wahl, großartiges Brett, aber das ist ein Metal-Gitarren. Voll, voll. Und der spielt auch eigentlich eine semi-akustische. Ich habe mit ihm gesprochen, er spielt eine Düsenberg. Ja. Live spiele ich auch die Starfire 5 und 4. Ich habe ein paar Fotos gesehen von dir, da hast du die Starfire. Ja, ja, ja. Klingt super. Live spielen wir, ich schwöre beide eigentlich ausschließlich gilt im Moment. Und welche Verstärkung macht ihr da? Camper oder? Camper-Ams. Camper, ja. Also ihr habt dann quasi Studio-Sounds in dem Camper und damit wird dann live gezockt? Ja, wir haben halt schon ein Live-Setup. Also das ist jetzt nicht eins zu eins die Studio-Sounds, die wir auf der Platte haben, sondern halt ein Live-Sounds, die wir uns da zusammen geschraubt haben. Aber damit kannst du halt natürlich einfach auch schöne Semi-Akustik auf der Bühne spielen, ohne dass dir alles um die Ohren fliegt. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil. Ich finde aber, also ich habe auch eine 335 und ich habe da noch nie so ein Fieb-Konzert gehabt. Ich verstehe das Gemeckere bei den Leuten nicht. Also du kannst da natürlich keine Black-Metal-Einstellung machen. Die Zerre ist halt endlich, die man dann verwenden kann, aber viel Zerre ist ja auch nicht immer hilfreich. Also ich habe vor der Guild-Geschichte habe ich live Telecaster gespielt. Fett hat Tele, ganz normal. Orange Amp. Und das live ist halt wirklich... Schlechtst du alles mit kaputt. Ohne Noise-Gate ist das sehr schwierig. Ja, ja, ich wollte gerade sagen. Es sei nur aus der Tele halt ein Hamburger drin, anstatt ein Single-Call, dann geht es einigermaßen. Ja. Ja, Effekte. Habt ihr irgendwelche Effekte? Du hast gerade eben gesagt, Plug-Ins. Nico, kam die Effekte über Plug-Ins oder habt ihr ein Pedal dazu genommen? Lass mich überlegen. Wir haben im Endeffekt die Effekte jetzt auf der Platte, haben wir größtenteils, naja, haben wir ausschließlich Plug-Ins für genommen, weil es halt einfach viel einfacher zu spielen ist. Weil es halt irgendwie auch wichtig war, dass wir den Kram auf den Punkt spielen und dann halt im Nachgang, wenn überhaupt mal Effekte drauf waren, weil mir fällt jetzt spontan, wir haben an zwei Stellen, glaube ich, ein Echo drin. Und ich glaube, das war doch schon. Ich weiß es nicht. Aber es kam aus dem Rechner. Ich meine, das ist auch gar keine Schande heutzutage. Nö, es kommt aus dem Rechner, ja. Es ist von einer Qualität her so gut, dass Ergebnis zählt. Genau. Und live ist es halt so, also wir sind da, also ich bin da sehr, sehr schmal unterwegs. Also ich habe halt ein Camper Remote Board. Da gibt es dann fünf Sounds drauf. Hier und da schalte ich mal irgendwie die nächste Bank. Da habe ich auch nochmal zwei Sounds. Dann habe ich ein Expression Paddle hier von Mission Engineering heißen sie, glaube ich, Mission Engineer. So, da habe ich ein bisschen Wah draufliegen beziehungsweise bei dem einen oder anderen Sound habe ich, ja genau, ein Echo, ein Endlos Echo oder irgendwie sowas, wo ich doch schon jedes Mal irgendwie böse Blicke vom Rest der Band ernte, wenn ich das mal irgendwo mit einbringe. Ach genau, ein Octaver. Octaver habe ich noch drin, aber das sind wirklich nur Spielereien. Also du bist derjenige der Bands, das können wir uns mal festhalten, der für das Spielzeug zuständig ist. Ja, für die Farben. Für die Farben im Punkrock. Genau. Ja, geil. Aber das ist halt, sagen wir mal so, das ist jetzt in der Musik, brauchst du das eigentlich nicht. So, da brauchst du einen kompakten, verzerrten Sound, vielleicht noch einen Solo-Sound und irgendwas, was einigermaßen als Clean-Sound durchgeht. Und dann bist du da eigentlich auch fertig. Also ihr seid keine Vintage-Nostalgiker. Ja, ihr seid jetzt keine, ich spiele jetzt meine 68er-Tele und meine 59er-Les Paul und meine Martin HD28 von 1938. das macht ihr jetzt nicht. Nein. Nicht in dieser Band. Nicht in dieser Band. Sondern in der anderen, in der Bootkapelle mit Opa. Nö, also ich hab schon, ich hab auch meine Teles und ich hab auch mein Fender Hot Rod noch im Keller stehen. Und, ähm, also, ich will jetzt nicht sagen, ich könnte, wenn ich wollte, aber ich könnte, wenn ich wollte. Du kannst es also ernst machen, soundtechnisch, aber mach es ja nicht, weil es praktisch ist mit dem Camper. Ist ja auch in Ordnung. Bleiben wir mal so ein bisschen bei den Einflüssen. Das fand ich ganz interessant. Erzählt doch mal den Leuten, wo ihr eigentlich musikalisch herkommt. Wenn, wenn, Sebi hat eben gesagt, Kinder der 90er, ich bin auch ein Kind der 90er. Ich bin aufgewachsen mit zum Beispiel Pantera, Alice in Chains, Soundgarden, alles bunt durch die Heck. Also mit Grunge, mit Metal bin ich quasi sehr aufgewachsen. Und Rotzrock und so. Helicopters, Backyard Babies. Da sind wir genau gleich. Da sind wir genau gleich. Da kam noch ein bisschen der Hip-Hop im Vorfeld dazu, so BC-Boys-Richtung und sowas. Tierisch, ja. Ja, so diese Sachen und dann die ganze Crossover-Schiene mitgenommen. Clawfinger. Clawfinger, ja. Den haben wir letztens noch gespielt übrigens. Die gibst du da noch. Ja, die gibst du. Die habe ich letztes Jahr auf dem Sound gespielt. Und es war richtig, richtiges Brett, dass die da gefahren sind. Voll. Und ich schwöre dir, da sind auch ein paar Camper am Start. Ja, das ist ja, ich meine, live ist das natürlich einfach eine dankbare Situation mit dem Camper. Ja, ja, das ist richtig. Ja, das ist so die Richtung irgendwie. Dann kam ja klar, mit Nirvana kam man diese Grunge-Welle, mit Pearl Jam und so die ganzen Soundgarden, wie du es schon gesagt hast. Ja, Pantera, Slayer, die ganzen Metal-Geschichten, die dann in Tucklegon. Ja. Und dann irgendwann kam mir Rage Against the Machine und da hat sich ja eh alles geändert. Genau, genau. Viele machen das ja eher an Nirvana fest, aber ich gebe dir ja recht, Rage Against the Machine sind mindestens genauso wichtig gewesen. Speziell diese Crossover-Nummer. Was hört ihr heute? Was kickt euch heute? Was begeistert euch heute privat, wenn ihr Musik hört? Also ich bin da echt total breit gefächert bei der ganzen Street. Mein Vater macht Musik, mein Vater kommt aus der Blues-Richtung, ist auch Schlagzeuger und spielt in auch so einer Stones-Cover-Band und so die Sachen. Cool. Aber ich bin, ich mag immer noch gerne diese ganzen Kalifornier-Punkrock-Geschichten. Deutsche Sachen, finde ich, gibt es viele gute Sachen. Also ich bin da wirklich offen. Ich bin halt nicht so der Charts-Hörer. Ich kann mit gewissen Charts-Sachen nicht so viel anfangen. Schade, ich wollte eigentlich jetzt mal so einen Raum aufmachen mit Verene Fischer und Andrea Berg, aber jetzt kann ich ja wohl knicken jetzt. Das ist ja die Schlagerrechnung. Da sind wir ja schon wieder ein ganz anderes Thema. Da bin ich ja schon wieder bei dir. Da bin ich ja schon wieder da. Ja, sehr gut. Weil die sind nämlich immer den Charts. Ja. Ich höre eigentlich auch durch die Bank. Also ich muss noch zu dem, was ihr gerade alles nanntet in den 90ern noch zwei, drei sehr wichtige Einflüsse, nämlich No Facts und Bad Religion hinzufügen. Sehr gut. Gibt es auch noch? Das waren die ja und das ist auch fantastisch, dass die noch gibt. Weil das waren nämlich die, die bei mir, ich bin ein bisschen, ich hing halt im Melodic Hardrock irgendwo fest vorher und die haben mich halt da irgendwie rausgekauft quasi und haben dann zehn, 15 Jahre lang tatsächlich meinen musikalischen Horizont irgendwie befüllt. und ich persönlich höre halt auch durch die Bank heute alles. Also das kann irgendwie ein geiler Metal-Song sein, das kann aber auch genauso hier The Weeknd sein, was ich auch großartig finde in der heutigen Zeit. Okay. Was ich allerdings, wo ich mich tatsächlich sehr, sehr schwer tue, ich habe zwei Kinder, zehn und zwölf und die hören halt einfach das, was sich da heute Hip-Hop nennt, glaube ich, rauf und runter. Da bin ich verbraucht. Also das finde ich dann auch tatsächlich, hat mit Musik nicht mehr wirklich viel zu tun. Ich habe damals, ich habe damals, als war mir in Cuxhaven, war ich mit Mike und unserem Bassisten in Cuxhaven, mein Onkel hatte da ein Hotel und da habe ich auch zwei meiner wichtigsten Platten gekauft. Das war auch in den 90ern und zwar gab es da so einen kleinen Plattenladen in Cuxhaven, da habe ich auch nur auf X, weil du es gerade sagst, das gekauft, die White Trash Tweeps in den Bieten. Das war meine erste Nord-X-Platte und meine immer noch Lieblingsband The River Runs Red. Ah, The River Runs Red, großartige Scheibe. Die beiden Scheibe aus den 90ern. Ja, ja, für mich eine der wichtigsten Platten überhaupt. Ja, geil. Wobei wir aber auch sagen müssen, dass Sebi und ich uns natürlich auch immer sehr freuen, wenn im Tourbus Gary Moore läuft. Ach, okay, krass. Wir freuen uns aber auch über Roland Kaiser. Wir freuen uns auch über Roland Kaiser. Kaiser ist cool. Schachmatt ist unser Song im Bus. Schachmatt. Ich war letztes Jahr im März mit einem Kumpel bei Roland Kaiser in Dortmund und also das, was der da abfeiert oder was der da abfeuert vielmehr, ist halt einfach großartig. Feuert, ja. Ja, der hat einfach drauf. Ich finde, Howard Carpendale ist auch so stark. Ist auch sehr stark, ja. Ja, der hat es auch noch voll drauf, ey. Das sind so die Schlager-Crooner, die Deutschen. Ich habe noch, kurz vor seinem Tod, habe ich noch ein Konzert von Udo Jürgens besucht. Echt? Oh, ich beneide dich. Was auch. Ja, zu Recht. Zu Recht. Das war ein großartiger Typ, ey. Großartiger Typ und am Mürzstand gab es Bademette zu kaufen. Ach, wie geil. Ja. Ja, aber vielleicht kann man an der Stelle, Entschuldigung, nee, nee, bitte. Vielleicht kann man an der Stelle kurz sagen, wir möchten immer ganz gerne, also wir wollten immer noch mal Schachmatt als Cover machen und da würde ich mir ein Duett mit Roland Kaiser und Sebi vorstellen. Großartig. Vielleicht, wenn man das ausstrahlt, einfach mal Roland, meld dich doch mal beim Sebi, bitte. Ja, bitte. Sebi. Und wenn der Nico sagt, wir wollten das gerne machen, meint er nur sich und mich. Vielleicht Simon meint er eigentlich nicht. Für den Rest der Bänder keinen Bock drauf, oder was? Ich finde das wahnsinnig. Ich fände es auch total schön. Sagt dir Ricky Shane noch was? Nee. Alter Schlagertyp, Ricky Shane sagt ja nichts, ich sprenge alle Ketten in den Song. Nee. Große Dieter Thomas Heck Hitparaden Typ, Platz 1, Mami Blue den Song. Als 8, 19-Jähriger im Bademann geguckt, ja. Mami Blue den Song sagt ja einfach nichts. Nee. Wir haben nämlich damals einen Song mit Ricky Shane aufgenommen. Müssen wir das mal aufschreiben. Ja, es wurde nie veröffentlicht, durfte nicht veröffentlicht werden. Warum? Ricky Shane wollte das dann nicht mehr, weil wir uns verstritten haben. War es? Okay. Ja, das ist wirklich so. Hat er keinen Bock auf Punkrock, oder was? Also, soll ich die Geschichte jetzt, ich glaube, er wohnt auch gar nicht mehr in Deutschland, weiß ich gar nicht. Also, Ricky Shane, großer Stargastar, damals gewesen, hat wirklich... In den frühen 80ern? 70er, 60er, 70er. Okay, okay. Mami Blue und Ich spreng alle Ketten seine beiden großen Hits. Und wir haben damals Ricky Shane kennengelernt auf der Fortuna Düsseldorf, unser Verein, Eröffnungsfeier. Oder nicht, haben wir den vorhin mal kennengelernt? Das stimmt gar nicht. Wir haben ihn in Düsseldorf auf der Kirmes, auf der Rheinkürmes kennengelernt. Und unser damaliger Sänger Ole hat ihn einfach angesprochen, Rikki, guten Tag, ich bin der Ole, hier im Masseneffekt. Sollen wir nicht mal einen Song machen? Da hat Rikki gesagt, ja, cool, machen wir. Dann kam Rikki damals in unseren Proberaum, das weiß ich noch. Und wir haben dann Ich spreng alle Ketten mit ihm, neu performt und gemacht. Wurde auch während der Aufnahmen zu unserem ersten Album waren wir in Düsseldorf in den Wildwood Studios. Und dann kam Rikki auch vorbei, dann haben wir den Song aufgenommen. RTL kam auf einmal vorbei, hat das ganze Ding gefilmt. Ich glaube, wir waren nicht einmal zu sehen, nur Rikki Schell war zu sehen. Und ja, dann haben wir diese Nummer aufgenommen und alles war gut. Wir haben überlegt, wie geht es denn weiter, was können wir denn machen? Dann hatten wir unser zweites oder drittes Konzert damals, oder wir hatten, ein bisschen mehr war es schon schon. Wir hatten auf jeden Fall den damaligen Pappkarton bei uns in Meerbusch. Das war ein Jugendzentrum, da hatten wir ein Konzert, einen Auftritt. Und es war geplant, Rikki kommt auch vorbei. Rikki kam dann irgendwie vorbei oder wollte vorbeikommen, die Nummer mitsingen. Und dann hieß er, ja, ich bringe noch meinen Kumpel Berti mit. Berti. Berti. Berti Wollersheim, kennt ihr wahrscheinlich, großer Puffbesitzer aus Düsseldorf. Ich wollte sagen, jetzt war Zuhälter. Genau. Hat es vorher angekündigt und bringt noch ein paar Mädels mit, sagt er. Ich sage, Rikki, das geht nicht. Das ist ein Jugendzentrum, da sind jugendliche Kinder, du kannst nicht mit Berti Wollersheim und ein paar Nutten da antanzen. Oh nein. Jetzt, wo es so spannend wird, ist der Sebi kurz weg. Das ist er weg. Vor diesem Jugendzentrum eine Limousine, so eine Stretchlimo, fuhr vor. und Rikki Schellen, Berti Wollersheim und glaube ich, sechs Nutten sind ausgestiegen und kamen in dieses Jugendzentrum. Meine Mutter war da, das war ja eigentlich das erste Konzert, das war Anfang 2000 war das. Und ja, dann gab es dann irgendwie Zoff, wir haben die Nummer nicht zusammen gesungen und dann haben wir uns ein bisschen mit Rikki Schellen verstritten und dann wollte er nicht mehr, dass die Nummer irgendwie gezeigt wird oder sowas. Das ist Schande. Genau. Das ist das ganze Podcast. Ja, aber immerhin eine geile historische Podcast. Es ist ja nicht gelogen. Es ist ja einfach... Nee, alles gut. Das war eine schöne Geschichte zu erzählen. Aber die Nummer war schön. Ich mag auch den Song Ich springe alle Ketten und die von uns aufgenommene Version ist auch toll. Habt ihr die noch? Ich hab die noch auf CD, ja. Ja. Eine gebrannte CD gibt es, glaube ich, und der fliegt ja irgendwo rum her. Musst du mal raus, Vielleicht ist ja der Ärger, irgendwie hat sich der gelegt und man kann es wieder angehen. Ich glaube, der hatte auch lange Zeit in Flingern ein Bütchen, ne? Ja, ja, richtig. Das stimmt. Ja, ja. Ich darf immer hallo sagen. Nee, kann er nicht mehr. Er ist ja nicht mehr. Ich hätte da noch einen Song übrig. Ja, wenn der jetzt ein Bütchen gehabt hat, dann ist er ja kein Riesenschlagerstar mehr, ne? Dann war er ein Riesenschlagerstar. Er war ein Riesenschlagerstar. Ja, Geld halt für Koks, Nutten und Alkohol ausgegeben, den Rest hat er verprasst, ne? Ja, achso. Da war noch was übrig. Was, ähm, ähm, ihr seid ja jetzt auch keine kompletten, also ihr seid, ihr verdient euer Geld nicht komplett mit der Musik, ähm, ihr habt auch Jobs nebenbei noch. Richtig? Ja. Ähm, was ja auch völlig in Ordnung ist und keine Schande ist und auch, ähm, durchaus in diesen Zeiten für eine nicht unwesentliche Sicherheit sorgt. Jetzt gerade, momentan sowieso. Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, was macht denn, äh, Sänger und Gitarrist von Massendefekt, äh, eigentlich sonst, wenn du, also, was für einen Job hast du? Achso, ich, ähm, ich arbeite als, äh, Installateur im, von einer Firma aus im Altenheim. Ah, okay. Also quasi, quasi Techniker in so einem Heim, sowas mache ich dann halt. Dann habe ich noch ein kleines eigenes Klamottenlabel gegründet vor zwei Jahren. Das habe ich noch und ansonsten gibt es die Musik. Ja, geil, cool. Ja, ich habe einen Altenheim-Civi gemacht. Ich auch. Und, äh, ja, cool. Nicht mehr weggekommen, ne? Wieso nicht weggekommen? Machst Musik, ey, ist auch geil. Sag ich mal, das... Nee, immer noch. Ich meine, in diesem Altenheim, wo ich jetzt arbeite, habe ich auch damals meinen Civi gemacht. Achso. Ja, genau. Das ist ja geil. Das ist ja witzig. Wo ist das Altenheim, wenn ich fragen darf? In Düsseldorf-Löhrig. Ah, okay. Ja, der Witz ist, ich habe Civi sogar gar nicht unweit von Düsseldorf gemacht, nämlich in Köln-Wurringen. Das ist natürlich auch schon Ewigkeiten her, aber egal. Ja, lass uns noch ein bisschen über die Musik reden. Lass uns noch ein bisschen über Musik philosophieren. Was glaubt ihr denn, ich habe das jetzt bei Dritte Wahl gesehen, die haben relativ versucht, relativ diese Live-Konzertnummer gerade trotzdem durchzuziehen. Wie sieht das bei euch aus? Wird man euch irgendwie auf Abstandskonzerten sehen können? Ja, wir haben zwei Sachen gemacht. Genau, genau. Wir haben im Juli in Oberhausen ein Autokino-Konzert gespielt und wir haben im August vom Open Flair so eine Corona-Edition mitgespielt, zusammen mit Bob in B, glaube ich, waren das in dem Abend und freitags haben wir noch Sonderschule gespielt und Monsters of Liedermachen. Monsters of Liedermachen, genau. Und das war eigentlich, das war sehr, sehr schön. Da haben die halt 250 oder 300 Leute an Liegestühlen, Biertischen und Strandkörben irgendwie da auf die Wiese gestellt, irgendwie ein bisschen Lampenjongs drumherum und das war halt von der Stimmung her sehr, sehr schön. So fast, also fast wie sonst auch. Genau, das haben wir gemacht und ja, jetzt gucken wir mal, wie sich die Lage so entwickelt, würde ich sagen. Also aktuell werden für Frühjahr 2021 halt unsere Tour gebucht. so, ich sag mal, im besten Fall kann die stattfinden. Wird die dann so Abstandskonzert-mäßig stattfinden, also so vor 100 Leuten und bereitet man das jetzt schon so vor oder spekuliert ja darauf, dass irgendwie die Hallen in voller normalen Größe halt Kapazität verfügbar sein werden, was ja eh wahrscheinlich ist. Ja, also gebucht ist es für eine normale Clubshow. Das ist eigentlich der Plan. Wenn es stattfinden soll, soll es auch bitte so stattfinden. Also ich kann diese, also ich persönlich kann diese Abstandsgeschichte da nicht mehr ertragen. Das ist ja echt furchtbar. Es tut mir für alle leid, für alle Kollegen leid und es tut mir auch für uns leid, weil alle wollen sie raus, alle wollen sie spielen und ja, es ist halt gerade nicht so einfach, dieses Thema. Ja, ja, klar. Man kann nur hoffen, dass man ab Frühjahr wieder vernünftige Touren spielen kann. Unwahrscheinlich ist es dennoch ein bisschen, aber ja, Hoffnung stirbt zuletzt. Wie ist das? Ja, diese große, oder sagen wir mal, es ist ja auch klar, man kann jetzt keine Tour als Künstler spielen und in jeder Stadt nur 100 Leuten spielen. Das ist völlig nachvollziehbar. Das ergibt dann die Unkostnummer, die decken wir noch nicht mal. Also das verstehe ich ganz gut. Was mich bei dritte Wahl und auch bei Long Distance Calling, die ja eine Procband oder eine Postdocband sind, was ich ja ganz spannend fand, die haben dann größere Venues ausgesucht, sodass dann trotzdem irgendwie 500 Leute oder 1000 Leute in einem Stadion, in den Strandkörben dann verteilt sein konnten und zuschauen konnten vor allem. Aber wahrscheinlich rechnet sich das genauso wenig wie ein kleiner Club, wo dann anstatt 1000 nur 100 zugelassen werden oder 150. Ja, und ist das geil oder ist das nicht geil? Ich weiß es nicht. Naja, ich meine, geil ist anders. Ja, eben. Ja, ja, sicher. Aber bevor man gar nicht spielt, würde mich interessieren, ist das trotzdem eine Option für euch? Ja, ich denke schon. Müsste man halt dann einfach, ich finde, was halt mit Corona, was das Schwierige an Corona ist, dass es halt einfach nicht planbar ist. Du musst halt die Situation jedes, also ständig neu bewerten. Und ich sage mal, wenn wir am 31. oder wenn wir jetzt irgendwann im Herbst, wenn es die Ansage gibt, okay, es werden bis 30.6. weiterhin keine Großveranstaltungen gemacht werden, sondern wird man sich auch noch mal hinsetzen müssen und halt einfach mal überlegen müssen, wie man halt mit der Situation umgeht. Und ich würde das jetzt nicht per se ausschließen, aber das muss man halt im Kollektiv entscheiden, weil natürlich auch alle mit dranhängen. Also, halt dann einfach mal. Ja, ich meine, das ist eine ganz große Scheiße gerade für die ganze komplette Live-Branche. Ich habe gestern, glaube ich, kam über, sogar irgendwie heute oder in der Tagesschau war ein Bericht einer von Deutschlands größten, wie soll ich sagen, Live-Supplier, also der Bühnenbautenstolk. Ich habe auch gesehen. Satisfy. Die haben gesagt, wir sind auf Kurzarbeit gerade und das ist ja nun auch keine Schande. Das sind einfach keine Aufträge gerade. Dann fährt die Kamera da so an Peter Maffay Riggs vorbei und so weiter. Grönemeyer. Grönemeyer. Und du denkst so, das war überhaupt nicht wahnsinnig. Ja klar, es steht einfach gerade alles still. Und wahrscheinlich steht es noch länger als in der Größenordnung still. Es sei denn, man findet irgendwie ein Arrangement, dass man sagt, Leute, unter den Voraussetzungen könnt ihr wieder Konzerte gucken können. Ja. Das ist richtig. Aber gut, wie gesagt, ich glaube, man muss halt einfach von Quartal zu Quartal, von Halbjahr zu Halbjahr gucken. Ich meine, aktuell ist es ja so, Zahlen steigen überall und es ist ja nicht so, dass es irgendwie danach aussieht, als ob es in drei Monaten weg ist. Ja, es ist glaube ich auch, um jetzt nicht zu sehr in der Corona, wie soll ich sagen, Falle zu bleiben und stecken zu bleiben, aber ein Freund von mir hat mal gesagt, jeder sehnt sich gerade nach Normalität wieder. Ich glaube, wir müssen uns alle mit einer neuen Normalität abfinden und eingrufen. Ich glaube, wir müssen in erster Linie mit dem Virus leben und die Frage ist halt, wie man sich da arrangiert mit. Also speziell bei Live-Künstlern, ich meine, das betrifft jetzt nicht nur die rock'n'rollen Live-Branche, Theater und so weiter und so fort, die stehen vor dem gleichen Problem und dass die Kulturbranche gerade so mit am härtesten trifft, das ist ja noch nicht richtig wahrgenommen worden, finde ich. Gerade wird jetzt erst irgendwie von der Politik wahrgenommen, dass das ja ein ganz unwichtiger Wirtschaftszweig auch ist. Ja, klar. Es gibt aber auch halt keine Lobby, die da irgendwie großartig... Es gibt in der Tat keine richtige Lobby. Genau. Mensch, aber nochmal zurück zu Masseneffekt. Masseneffekt, jetzt haben wir eigentlich, jetzt sind wir so richtig rock'n'rollen gelaufen mit der Stimmung, jetzt sehen wir die Stimmung. Gehen wir nochmal zurück zum neuen Einmal von Masseneffekt, das heißt zurück ins Licht und das ist ein wunderschöner Titel, wenngleich ein ziemlich krasses Cover-Artwork. Wer hat das gemacht? Totenkopf oder das so... Sieht eher aus wie so eine Doom-Metal-Scheibe. Geil. Wer ist auf die Idee dazugekommen? Der Vorschlag war von Lukas. Nico, kennst du den Nachnamen gerade? Weißt du das? Meier. Lukas Meier. Ja, also, kann ich nicht drauf kommen. Lukas Meier, damaliger Bassist von Heißkalt, der Band Heißkalt, der diese ganze Geschichte, der diese Geschichte halt beruflich macht und hat uns diesen Vorschlag unter anderem geschickt und womit wir ganz, von dem wir ganz angetan waren und uns für diesen entschieden haben. Cooles Cover-Artwork, wenngleich ich da jetzt eine Punkung nicht im ersten Moment mit verbunden hätte. Aber cool. Also wir haben, ich glaube, wir haben auch, also ich persönlich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich mich mit diesem Cover, was heißt nicht arrangiert, aber ich musste das auch mal verarbeiten. Also du fandst es nicht gut? Doch. Doch, aber es war so, du weißt ja, wie das ist. Also das ist irgendwie, ja, hier, neue, neue Cover-Vorschlag, so, kommt per WhatsApp, machst du auf und denkst dir erstmal, hä? What? So. Neues Queens of Stone Age Album oder was? Ja. Aber, es ist sehr interessant, weil wir tauschen uns natürlich auch mit ganz vielen Leuten aus zu der Platte, weil man ja auch irgendwie Stimmen von außen so ein bisschen haben will, wenn man da irgendwie 13, 15 Monate lang dran arbeitet. Und da geht es natürlich ums Musikalische, da geht es auch ums Visuelle und so weiter. Und es ist halt total interessant, wie diese Leute, wie die Leute dieses Bild wahrnehmen. Also dieses Artwork. Ja. Du sagst jetzt hier irgendwie Doom-Metal oder so in die Richtung oder beziehungsweise ähm... Das erinnert mich auch an alte Horrorfilme. Also dieses Verfließen von Gesichtskonturen. Ja. Ich hab auch schon mit Leuten gesprochen, die es halt total positiv fanden. Die haben gesagt, nee, das ist halt, da geht so, geht das Licht auf. Ja. Andere haben gesagt, das ist halt Körperwelten. Ja, genau. Stimmt. Und das ist halt einfach total interessant und das ist auch, glaube ich, weswegen wir halt auch gesagt haben, ja, wir haben auf dieses Kaffer Bock, weil es halt einfach ganz viele Leute, ganz viele unterschiedliche Sachen darin sehen und es halt auch ein Stück weit polarisieren wird. Cool. Ja, ich find's auch gut. Es ist halt auch nur ein Cover, das auffällt. Das ist aber nicht verkehrt. Das ist gut. Nee, nee. Nein, ich find's auch geil. Ja, man will's ja nicht, es ist einfach ein schönes Cover. Es muss ja auch nicht immer alles, das Ding hat schon eine Bedeutung, hat schon Sinn, aber es ist halt auch edgy. Ja, das ist gut so. Ja, das ist auch gut so. Lass uns noch ein bisschen über Songs reden. Ich find's immer ganz spannend zu fragen, kann ich jetzt euch einfach mal jeden für sich fragen, also was ist denn, Sebi, für dich der persönlich wichtigste Song in Sachen Aussage und was ist der Song, der am meisten Bock macht zu spielen? Ach, eigene Songs? Ja, genau, von euren eigenen Songs. Ach so, okay. Vom neuen Album, vom neuen Masseneffekt-Album zurück ins Licht. Drück ins Licht. Mit dem, mit dem, mit dem, mit dem super schönen Cover, das, das Album meinst du. mit dem, mit dem super schönen Cover und wir reden nicht von Rage über die Maschine. Nein. Spaß, ja. Was am meisten Spaß macht, wir haben ja noch, wir gehen ja gerade erst in den Proberaum und fangen an, die Dinger zu spielen. Wir haben ja noch gar nicht so, wir sind ja gar nicht so, aber von den Sachen, wo du sagst, der könnte live richtig zünden. Wir haben jetzt Autopiloten und totes Land, die beiden Nummern, machen wirklich Spaß zu spielen. Das ist schon mal, steht schon mal fest. Die haben wir schon ein paar Mal durchgehämmert. Das ist schon ganz, ganz gut. Und aussagekräftig finde ich halt, gefällt mir am besten auch, Schiffbruch gefällt mir sehr gut von der Message her, weil es dieses typische, auch wenn es ein bisschen ausgenudelt ist, so dieses, aber man kann es halt nicht oft genug sagen, dieses Thema Rechts und Nazitum, das ist einfach, das wird ja jeden Tag aktueller. Ja, man wird auch zugeschissen von dieser Message, das muss man ja auch dazu sagen, irgendwie. Aber Farbenbekenntnis ist ja wichtig, ist auch richtig. Ist wichtig, machen wir auch damit, das ist schon von der Message her sehr wichtig. Und ja, ich glaube, dieser Song ist es dann auf der Platte. Okay, okay. Und Nico, für dich? Also ich habe da so ein paar Favoriten, also ich finde, Autopiloten ist ein sehr eingängiger und auch von der Message her guter Song und der macht auch tatsächlich Spaß zu spielen. Ich habe jetzt, also wir haben Schiffbruch so in der Konstellation noch gar nicht gespielt, im Proberaum, muss man ehrlicherweise sagen, aber wir haben den beim Videodreh gespielt. das Video kommt jetzt in vier Tagen raus und das hat mega Spaß gemacht. Also das ist wirklich, weil der Song baut sich halt. Habt ihr beim Video nicht live gespielt oder einfach nur ohne Verstärker den Song gezockt? Ja, ja, genau. Letzteres. Wir hatten es auf dem Ohr, wir hatten Indies dabei. Aber du spielst den Song ja schon, weil du willst ja auch nicht im Video was anderes greifen. Ja, okay, aber interessant. Okay, cool. Und der Song ist halt in der Strophe sehr breit und sehr schwimmend irgendwie so und dann geht der Refrain, fügt sich das zusammen und dann hast du halt einen sehr edgy Riff danach, was so sehr Green Day mäßig ist. Das hat einfach mega Spaß gemacht zu spielen. Ich bin total gespannt darauf, wie sich das im Proberaum verhält. In echt anhört. Ja, und dann bitte auch live. Ja, auf jeden Fall, klar. Ansonsten finde ich, weil du eben schon angesprochen hast, nee, lass mal, finde ich irgendwie von der Message her, finde ich, ist sehr schön gelungen. So die Bilder, die man halt da transportiert. Weil das spricht, also finde ich unsere, ich sage jetzt einfach mal, Generation so tatsächlich aus der Seele so irgendwie, lass mal rausgehen, lass mal hier wieder um die Häuser ziehen und auch gerade jetzt in Zeiten von Corona ist natürlich auch einfach, müsste man eigentlich den Refrain nochmal neu schreiben, finde ich so. Ja. Und dann halt einfach das Gegenteil dazu, nee, lass mal hier, ich muss morgen hier den Rasen mähen. Keine Ahnung, also was man halt so tut, ja, so. Ja, aber da schwingt sehr viel Realität mit und das ist auch völlig in Ordnung. Also man muss ja nicht immer zur Blutgrätsche ansetzen. Man kann ja auch Fußball spielen nur. Mischung macht's. Ja. Ja. Das sind jetzt sehr schöne, fast Schlussworte. Mir gehen jetzt langsam so ein bisschen die Fragen aus und deswegen wollte ich zum Schluss nochmal sagen, liebe Zuhörer vom Gitar-Podcast, checkt in das neue Album von Maskendefekt rein. Es ist ein sehr starkes Punkrock-Album, ich höre da auch Metal raus. Ich höre da vor allem halt sehr viel Leidenschaft, sehr viele Emotionen, sehr viel Biss, sehr viel Witz, sehr viel Augenzwinkern und auch ernste Untertöne. Vor allem aber eine Menge Riffs und Downstrokes und geile Gitarren-Sounds und auch wenn sie nicht durch den Röhrenverstärker gekommen sind, so sind sie doch von Herzen auf der Platte gelandet. Ah, schön gesagt hast du. Nico, Sebi, vielen, vielen Dank, dass ihr zu Gast beim Gitar-Podcast erwartet. Es hat mir ein wenig Spaß gemacht. Vielleicht lerne ich demnächst mal, checke ich mal dein Modulabel an, Sebi. Ja. Und vielleicht können wir, Nico, uns mal über die Bier-Marke unterhalten, die du mal getrunken hast. War das ein Grolsch oder was hast du getrunken? Nee, das war ein Bitburger natürlich. Das war ein Bitburger natürlich, okay, alles klar. Das ist wahrscheinlich. Ich habe bis jetzt außen vorgelassen, dass ich eigentlich Kölner bin und aus Köln komme, aber ich wohne seit 13 Jahren in Bayern und ich trinke noch ein Altbier. So, Männer, ich wünsche euch einen coolen Abend noch. Gleichfalls, vielen Dank. Dankeschön. Genau, und einen Auszug aus diesem Podcast könnt ihr auch dann in der Gitar 1220 lesen. die erscheint, glaube ich, sechs, sieben Tage, nachdem euer Album offiziell im November erschienen ist. Genau, 13.11. 13.11. Und die Gitarre, in der dieses Interview nochmal zumindest teilweise in Teilen nachzulesen ist, erscheint am 19.11. Also, bis dahin. Sehr gut. Checkt das aus. Ich bedanke mich bei euch und ich würde sagen, auf bald. Tschüss. Vielen Dank bei euch. Tschüss. Powered by Ernie Ball The Colors of Rock and Roll 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 The Colors of Rock and Roll